So, jawoll, willkommen hier in dem ganzen Spiel. Ja, hallo und herzlich willkommen bei meinem Stream hier, beziehungsweise meinem Let's Play vom Player Unknowns. Ja, wir sind wieder da. Es geht gleich wieder los. 30 Sekunden noch und dann starten wir. Auf geht's. So. Wo kommt das Flugzeug? Ja. Wir versuchen gleich mal direkt hier in die Stadt zu landen. Das werden wahrscheinlich sehr viele tun. Am besten will ich da hin. Das wäre die ideale Lösung. Wenn ich ungefähr hier bin. Jetzt. Ja, das könnte sogar passen. Von der Entfernung. Ja. 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 Da fliegt noch einer hin. Das heißt ganz schnell Sachen. Wichtigste ist jetzt eine Waffe zu finden. Und tschüss mein Freund. Moment. Wir brauchen auf jeden Fall mal eine Waffe. Ja. 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 so auch meins kollege zwei kids haben wir schon mal jawohl patronen das ist natürlich gut so abkugel gehabt Weiter geht's. Da ist ein Auto, das nehmen wir doch glatt, wenn das noch zu fahren ist, leider nicht. Ja. So. Rotpunkt-Visier, super. Jetzt können wir hier mal ein bisschen ausrüsten. So. Das läuft schon mal sehr gut für uns. Zwei Kills haben wir. Wir müssen aber weiter in den Kreis rein. Jetzt sind noch 62 Leute da. Ja. Manchmal ist es auch gut Zeit zu schinden. Atmen wir mal ab. Ja. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier scheint noch einer durchwürt zu haben. Da stecken wir uns erstmal im Bad und warten jetzt mal kurz ab. Bis das Ganze wirklich Fuß hat. Da kommt einer. Da war. Abwarten und Tee trinken. Da kommt wer. Oder fährt gerade weg. Es bleibt spannend. Ich habe das Gefühl, dass da eine oben ist. Da ist der Kreis wird erstmal gleich kleiner. Und dann geht es weiter. Weiter geht es zum Wandern. Das läuft gut. 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 Vielen Dank. 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 So, jetzt geht's gleich los. Gleich trifft es aufeinander. So, und jetzt wird der Kreis gleich kleiner. Zack. Oh, doch nicht. Jetzt muss ich, jetzt muss ich, jetzt muss ich laufen. Und los. Und los. So, ich muss, ich, jetzt, da ist ja, das ist, wird das ist, da ist, da ist, da ist, da ist schon mal gut. es wird auf jeden fall müssen wir uns relativ zügig beeilen weil das wird echt knapp werden perfekt wir haben das schon mal gut da möchte ich hin oh shit ja 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, abwarten. Der Kreis wird gleich wieder kleiner. Das wird jetzt relativ zügig gehen. Abwarten und Tee trinken. Zack. Oh, wir sind noch im Kreis. Jawohl. Dann warten wir mal ab. Wenn uns bis jetzt hier keiner nervt, ist alles super. Da kommt was vorgefahren. Okay. Na, die gehen ja auch mit den Schafschützen, wir werden schon. so 18 leute noch es wird immer besser ich bin gespannt ob wir es echt schaffen unter den ersten 16 naja die sind gut am ballern da draußen wir verkämpfen uns jetzt mal dann wird der kreis ja sowieso gleich kleiner und dann müssen wir echt überlegen wie wir das gleich handhaben dann wird es wahrscheinlich so ein kleiner kreis und wir müssen uns dann sowieso bewegen da ist einer im gange warten wir mal ab man kann es nicht sagen jawohl warte eine minute laufen wir los warte warte Vielen Dank. Vielen Dank. Wow, fuck. Puh, ey. Das war knapp. Habe ich hier nicht noch einen Erste-Hilfe-Koffer? Zehn sind auch übrig. Boah, ey. Hammer hot. Boah, da hat er den mit einer Splittergrader und hat er weggejagt. Puh. 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 Okay. Das wird immer spannender. Hier ist bestimmt einer im Haus. Puh. Ah, verdammt, ich wusste, dass einer hier drin ist. Scheiße. Schade. Top 7. Wow. Ja, schaut wieder beim nächsten Mal rein. War eine richtig gute Runde. Ja. Ja. Ja.